Auf der Raschenhahn im Mittelschritt Abteilung bildet. Abteilung im Arbeitstampo, Therapie. Anfang rechts dreht, links marschiert auf, Marsch. Anfang, Halt, Füße. Abteilung zu einem Rechtsrecht ab im Arbeitstampo, Therapie. Auf dem Mittelzirkel geritten, einmal herum. B, ganze Bahn. KXM wird die ganze Bahn wechseln, dabei können wir verlängern, leicht fahren. M im Arbeitstampo, Aussitze. Mitte der kurzen Seite Abteilung, Schritt, Mittelschritt durch die ganze Bahn wechseln. Mitte der kurzen Seite Abteilung im Arbeitstampo, Therapie, auf dem Zirkel geritten. Mitte der kurzen Seite Abteilung im Arbeitstampo, Therapie, auf dem Zirkel geritten. Abteilung im Arbeitstampo, Therapie, auf dem Zirkel geritten. Abteilung im Arbeitstampo, Therapie, auf dem Zirkel geritten. Ganze Bahn. Am XK wird die ganze Bahn wechseln, auf der Wechsellinie Abteilung im Arbeitstampo, Therapie. Mitte der kurzen Seite auf den Zettel geritten. Abteilung im Arbeitszahnpokalock. Marsch. Ganz der Bahn. Ach an, Galoppsprünge verlangen. An, im Arbeitszahnpokalock. Mitte der kurzen Seite Abteilung im Arbeitstrab. Auf den Mittelzettel geritten einmal herum, dabei leicht traben und Zügel aus der Hand kauen lassen. Vor E, Zügel wieder verkürzen, aussitzen. E, ganze Bahn. Anfang rechts dreht, links marschiert auf. Marsch. Anfang, Halt. Grüße. Im Mittelschritt am langen Zügel die Bahn verlassen. Kaiser. Grazie. Vielen Dank.